Hallo ihr Lieben, mein Name ist Caroli Florette. Ich bin Designerin, Umstyling- und Modeexpertin auch im TV und ich bringe Frauen zu ihrem Strahlen zurück, dass sie in ihrer wahren Größe gesehen werden und sich ihnen niemand mehr in den Weg stellt. Ich selber komme aus einer Welt, in der Frauen eher schmückendes Beiwerk sind und meine Mutter ist meine erste Kandidatin bis heute, denn mir ging es immer darum, wirklich gesehen zu werden. Mittlerweile habe ich dazu eine Magic-Makeover-Methode entwickelt, Workshops und auch ein Event kreiert. Das geht alles nur mit der Unterstützung vom weltbesten Partner und einer großartigen Assistentin und Freelancer. Wer einmal wirklich seinen Stil entdeckt hat, braucht viel weniger im Schrank. Und auch bei dieser Transformation von Kopf bis Fuß haben die Kandidatin mindestens einmal Pipi in Augen und ich habe Gänsehaut, wenn das magische Dreieck aufgeht. Das Let's stuff more happiness Prinzip, was sich daraus ergibt, lässt auch die Umwelt aufatmen, denn wir müssen umdenken. Und die Modebranche ist leider einer größten Umweltsünder überhaupt. Und auch ich werde umdenken. Und bis ich in sieben Jahren auf einer kleinen Farm in Südfrankreich mit Blick aufs Meer, mit Familie und Freunden und hoffentlich noch ein, zwei Kindern mich gemütlich einrichte und wirklich nur noch die Essenz rauspicke, werde ich mich auch noch weiter engagieren für die Mädchen in Bangladesch, die teilweise noch nicht mal die Chance haben, im Leben angenommen zu werden. Und wir entwickeln gerade ein sehr cooles TV-Format à la Queer Eye auf Netflix, wo es darum geht, die Ladies, die es wirklich verdient haben, gesehen zu werden, in die erste Reihe zu helfen und zu gucken, dass sie sich mit ganz neuen Augen sehen. Und es geht Gott sei Dank in der Mode hier nicht um Leben und Tod, sondern um die schönste Nebensache und das ist Selbstliebe. Um wirklich so gesehen zu werden, wie man ist und sich so zu zeigen. Es wird auch demnächst ein HD-Programm geben. In Höhe von 15.000 bis 50.000 Euro werden wir Ladies bis zu einem halben Jahr unterstützen, dabei eine Ikone zu werden. Und ich freue mich auf Dich, wenn Du wirklich bereit bist für Veränderungen. Und ich freue mich auf Dich, wenn Du wirklich bereit bist. Und ich freue mich auf Dich, der